Herzlich Willkommen hier beim We Love MMA Podcast mit einer sehr spannenden News. Nur wenige Tage vor UFC 261 im Main Event Kamaru Usman vs. Hoja Masvidal sehen wir jetzt schon, wer als nächstes um den Titel kämpfen wird. Deshalb lasst gerne einen Daumen nach oben da oder eine Bewertung bei iTunes oder natürlich auch ein Follow bei Spotify. Dana White sprach mit dem kanadischen Sender TSN darüber, wer denn als nächstes für Kamaru Usman dran ist. Und da sagte er tatsächlich, dass das Colby Cummington ist. Dana White bestätigte einmal mehr, warum Hoja Masvidal überhaupt diesen Titelkampf jetzt bekommen hat. Das heißt, Dana White selber sagte, hey, Masvidal hat uns damals sehr kurzfristig dieses Event quasi gerettet. Das hat Dana jetzt nicht so gesagt, aber auf jeden Fall so gemeint. Und weil Masvidal damals eben auf Short Notice eingesprungen ist, bekommt er jetzt diesen Rückkampf, dann gibt es keine Ausreden mehr, dann gibt es kein Trara mehr. Jetzt hat Masvidal ein volles Trainingscamp und das eben nur, weil er so kurzfristig damals eingesprungen ist gegen Usman. Usman selber, der hat auch Bock auf diesen Fight. Natürlich sagt er zwar, hey, Cummington muss aktiv bleiben, er muss mir zeigen, dass er diesen Kampf möchte, aber Usman selber sagt auch, das ist der Kampf, der ihn am unzufriedensten stellt, wenn er zurückdenkt in seiner Karriere, denn natürlich war das auch sein knappester Fight. Usman gegen Cummington war unfassbar knapp. Vier Runden Spannung pur, die beiden gingen 2 zu 2 in die fünfte Runde. Und in der fünften Runde, in dieser letzten Championship Round, da hat Usman gezeigt, dass die Championship Round dem Champion gehört, denn dort konnte er dann Colby Cummington finischen. Colby Cummington hat diesen Kampf aber auch mit dem gebrochenen Kiefer gemacht. Also, ihr merkt schon, das war definitiv einer der geilsten Fights 2019, gerade im Dezember, aber wirklich einer der heftigsten. Und jetzt gibt es eben das Rematch, sollte Usman gegen Mars Vidal gewinnen, was keinesfalls sicher ist. Und dann war es das mit diesem Video. Was meint ihr? Usman vs. Cummington 2 oder Mars Vidal vs. Cummington? Je nachdem, wer der Champion ist. Wer hat Bock drauf, schreibt es mir unten rein. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und damit, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.